hallo leute und herzlich willkommen zurück bei satisfactory genau zu 360 aluminium waren pro minute ok easy habe ich gedauert aber es läuft gerade ich hoffe dass wir genügend ist aber ich lasse es nicht nur den quatschern was du schon her lieferst dass ich jetzt noch weitermachen sondern ich tue auch den das roh quasi warte mal auch nie du lässt quatsch ist teil erbringen lasse beides herbringen als ich das gemacht habe brauchten wir wenig von dem zeug ich kann nur den quart kristall nicht zu quatschern verarbeiten ok ja gut das heißt sonst mit x war wohl nix dann haben wir definitiv zu wenig quatschern also mit auch 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 Okay, ich hab' ne ganz blöde Idee. Ja. Ich tu deine Line, die du gezogen hast, mit Quarz halt einfach zu Stufe 3 upgraden. Geht auch. Wenn du wirst, wo nochmal die ganzen Stahlträger sammeln. Weißt du das, wo die Zwischentagern nochmal? Stahlträger? Ja. Im Lager, im großen Lager, also da, wo es reinge. Ah, ja, 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 ich hab's gerade gefunden. Geilo. Ja. 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 Okay. Let's go. Okay. Okay, alright. So, oh, tsch. So. So, oh, tsch. So, 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 tsch. Flickerei brauchen wir. Flickerei, genau, genau, genau. So, tsch. Das hier. Plastik. Ah. Stop. Ah. Then. Next. Mixer. Man. Fuck. Sure. Ah. So. So. Right. Go ahead. Go ahead. I gotta look for the control here. Wow. Mm-hmm. I gotta look for the control here. So. Good. Um. Yeah. So. Okay. Wir können. So. 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 Jetzt kommt hier ein bisschen mehr Quarz raus. Okay. Sehr gut. Sehr gut. So. So. Liebe Grenz und jetzt. Just to... So... Ich muss noch ein bisschen mehr... So... Äh... Struktur, das ist gut, ähm... So... Duh... Okay... Duh... Äh... Nein, ne... Wo war das? Ah, der Zug ist jetzt am Hopfer. Schade. Oh... 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 Das war's. 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 Das war's.